Ich bin gerade alles vorher fertig. Mei, das schaut aber gut aus. Schon, gell? In der Spedition, wo der Helle arbeitet, da sucht uns ein paar neue Lastbahnfahrer. Das hat dich doch schon halbwegs fasziniert. Das war schon halbwegs mein Traum. Aber der Zug ist abgefahren. Ok. Warum sollte der Zug abgefahren sein? Als Lastbahnfahrer hast du doch eh dauernd nur Termindruck. Du kommst die Woche lang nicht heim und wohnen tust du auf dem Autobahnrastplatz. Und die Führerscheine, die müssen die ja auch zuerst machen. Und der kostet uns ein paar Tausende. Der Helle fährt regional. Der hat geregelte Arbeitszeiten. Der ist viel daheim und dem macht seine Arbeit Spaß. Und die Umschulung zum Berufskraftfahrer, die zahlt die Arbeitsagentur. Was? Geh. Das glaubst du doch selber nicht. Doch. Das hat der Helle gesagt. Und wenn's der Helle sagt, dann stimmt's. Da rufst du jetzt gleich mal in der Fahrschule Thaler in Mierschbach an und magst einen Beratungstermin aus. Beim Thaler eigentlich. Weißt du was? Den ruf ich nicht an. Da fahr ich mal gleich selber aus. Auf der ganzen Welt sind Lastwagen das wichtigste Transportmittel für alle Arten von Gütern. Egal ob Lebensmittel, Kleidung, Elektrogeräte für Endverbraucher oder Rohstoff- und Teilelieferungen für die industrielle Produktion. Der Lkw ist das Transportmittel Nummer eins. Diese Nummer eins funktioniert aber nur dann reibungslos, wenn auch wirklich Profis am Steuer sitzen. Wirklich gute Berufskraftfahrer, also Lkw oder Busfahrer, müssen in ganz vielen Bereichen Experte sein. Da geht es um Ladungssicherung, um Lenk- und Ruhezeiten und um viele andere Vorgaben und Gesetze, die nicht nur in Deutschland gültig sind. Diese Frauen und Männer sind sich ihrer Verantwortung für andere Verkehrsteilnehmer, ihrer Ladung und das ihnen anvertraute Fahrzeug bewusst. Sie sind nicht nur Fahrer, sondern Profis am Steuer. Und damit sind sie dringend gesuchte Fachkräfte. Seit fast 20 Jahren ist Andreas Thaler Fahrlehrer. Seit 2016 betreibt er in Niesbach seine eigene Fahrschule und bildet seine Kundinnen und Kunden in allen Führerscheinklassen aus. Er kennt das Problem vieler Speditionen und Busunternehmen, geeignete, also zuverlässige und optimal qualifizierte Berufskraftfahrer zu finden. Wer heute zum Berufskraftfahrer umschulen will, weil er vielleicht gemerkt hat, dass ihm sein handwerklicher Beruf oder der Job hinterm Schreibtisch nicht mehr so taugt, hat wirklich beste Chancen. Denn die Zeiten, in denen Fahrer Hungerlöhne verdient haben und von ihren Disponenten von einem Termin zum nächsten gehetzt wurden, sind vorbei. Erstklassige Speditionen und Busunternehmen setzen auf topqualifizierte Profis am Steuer. Und diese Umschulungen werden unter gewissen Voraussetzungen von den Arbeitsagenturen bezahlt. Wir als qualifizierte Fahrschule bringen jeden Tag Profis auf die Straße. Wir suchen händeringend nach Fahrern. Teilweise muss ich selber schon fahren, damit wir einfach die Kunden bedienen können. Der Thaler Andy helft uns allerdings dabei, dass man die Mitarbeiter, die einen Führerschein machen wollen, schult. Aber trotzdem sind wir einfach immer noch zu wenig Leute. Für viele Menschen auf Jobsuche wäre Berufskraftfahrer eine echte Perspektive. Und die Tatsache, dass wir als zertifizierte Fahrschule diese Ausbildung anbieten und die Kosten komplett erstattet werden können, wenn die Voraussetzungen passen, ist vielen einfach nicht bekannt. Ich kann nur jedem, der sich dafür interessiert, raten, sich zu informieren. Bei der Arbeitsagentur oder direkt bei mir in der Fahrschule. Und wieder hat Andreas Thaler einem seiner Fahrschüler erfolgreich zum neuen Traumberuf verholfen. Fahrschule Thaler Die Straße ist das Ziel.